Stelle dich mit dem Rücken zum Schlingentrainer und greife die Griffe im Obergriff. Führe nun deine Arme über deinen Kopf, die Ellenbogen sind hierbei nur leicht gebeugt. Achte auch auf deine Körperspannung. Führe die Arme so weit nach hinten, bis du eine intensive Dehnung in der Brust merkst. Drücke deinen Oberkörper nach hinten, indem du deine Arme in einer rotierenden Bewegung zum Unterkörper führst. Die Ellenbogen verändern ihre Position nicht. Leite auf Höhe der Brust wieder die rückwärtige Bewegung ein. Den Widerstand der Übung erhöhst du, indem du deine Füße weiter nach hinten positionierst und so deinen Oberkörper weiter in die Waagerechte bringst. Ausatmen beim Herunterdrücken, Einatmen beim Zurückführen.